Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, brandneuen Part von Let's Play The Legend of Dragoon. Endlich geht's weiter. Ich habe in der Zwischenzeit nach dem Fail vom letzten Mal nachgespielt. Das war auch echt anstrengend, muss ich sagen, warum auch immer. Das war ja schon eine ganze Ecke, die ich nachspielen musste. Aber jetzt sind wir ungefähr da, wo wir vorher auch waren. Ich lade jetzt einfach mal den Spielstand. Wir sind sogar schon ein Stückchen weiter, aber ich sage da gleich was zu. Wir befinden uns nämlich gerade schon auf der Karte, hinter der Prärie. Wir betreten jetzt aber natürlich nochmal die Prärie. Und es ist so gewesen, das Einzige, was ich noch geändert habe, bzw. was ich noch gemacht habe, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir ja den Baum gefällt haben, der dann runtergefallen ist. Und wonach dann leider das Spiel sich aufgehangen hat. Ich bin dann noch dahin gegangen, wo der Baum eigentlich runtergefallen ist. Dann kam halt eine Szene, wo der Baum dann runterkam, die Strömung, und dann sich da festgehangen hat. Da konnten wir rübergehen und sind hier quasi gelandet an der Stelle. Wir gehen jetzt sowieso nochmal zurück, weil da noch Leute waren, die wir anquatschen konnten. Das ist das Einzige, was ich verpasst habe. Das habe ich auch nur gemacht, damit ich eine Chance habe zu speichern. Ich hatte nämlich keine Lust, den Weg zurückzugehen. Wobei, es kam am Ende auf selbe raus. So, ah, da war noch eine Kiste. Egal, wir gehen erstmal zu den Leuten. Die Leute sind weg. Hier war ich ja schon. Scheiße. Egal, das war hier jedenfalls die Szene. Da kam dann der Baumstamm runter und dann sind wir da gelandet. Aber komisch, beim letzten Mal standen da noch Leute, die man hätte ansprechen können. Scheiße, vielleicht... Oh, das war natürlich klar. Zufallskämpfe. Oh yeah. Ähm, das war natürlich klar, dass die jetzt plötzlich weg sind, nachdem ich die Karte schon einmal betreten habe. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu wichtig war. Ähm, ich hoffe mal, dass wir jetzt einfach keine technischen Probleme mehr haben werden in Zukunft. Und gut durchkommen. Denn dann werden jetzt auch wieder regelmäßiger Parts folgen. Das hoffe ich zumindest. Ich kann momentan, und das tut mir natürlich auch immer leid, für nichts garantieren. Weil, ähm, alles irgendwie unberechenbar wirkt. Und ich glaube, es war auch ein ungünstiger Zeitpunkt, zu dem ich so viele Let's Play-Reihen jetzt gleichzeitig gestartet habe. Ich habe ja noch den Yandere Simulator. Ich habe Super Mario Sunshine. Ich habe eigentlich auch noch Dead or Life Extreme, ähm, am Start. Und das habe ich alles zu einem Zeitpunkt irgendwie so aufgefahren. Ich meine, Dead or Life lief schon. Aber die anderen Sachen, wo ich extrem viel Stress hatte. Und wo dann irgendwie technisch alles verkackt hat. Aber gut. Ich werde versuchen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen von dem Stress los. Die ganzen Klausurphasen sind jetzt wirklich um. Ähm, das heißt, ich werde jetzt auch versuchen, mal ein bisschen was voraufzuzeichnen. Ich denke mal, ich werde versuchen, so ein Mittelmaß zu finden, dass pro Woche zwei Parts von Legend of Dragoon kommen. Ähm, ich versuche das sowieso dann so zu handeln. Zwei Parts Legend of Dragoon, zwei Parts Super Mario Sunshine, ein oder zwei Parts von Yandere Simulator. Und was ich mit Dead or Life mache, das muss ich erst mal zeigen. Vielleicht kriege ich das tatsächlich dann irgendwann mal sowas wie eine Struktur rein. So, das soll uns jetzt aber egal sein. Das war jetzt nur zur Info für euch. Kügelchen. Jetzt widmen wir uns voll und ganz The Legend of Dragoon. Da, die Kiste machen wir natürlich auf. Engelsgebet, ja. Das Ding, was uns wiederbeleben kann. Hier standen Leute beim letzten Mal. Die sind weg. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber so ist das. Das Spiel war gnädig. Wir haben nur einen kleinen Gegner. Aber der hat natürlich wieder den höheren Initiativewert. Obwohl, irgendwie, glaube ich, hier gibt es sowas gar nicht wie eine Initiativewert, weil es irgendwie immer random ist, wer anfängt. Wirbelstock. Wirbelstock. So, dann gehen wir jetzt zurück auf die Karte. Es folgt nämlich... Und das werdet ihr gleich selber sehen. Noch, 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 noch. Nördlich von Serdio. Ein weiteres Dungeon, denn das da hinten sieht natürlich nicht aus wie eine Stadt. Wir werden uns jetzt erstmal heilen. Weil HP-Technisch sieht das nicht ganz so geil aus. So, Levels ist erstmal noch okay. Noch im grünen Bereich. In Anführungszeichen. Es gibt hier ja kein grün. Sondern nur braun und rot. So, Kalksteinhöhle. Rein da. Da ist eine Kiste. Detonations-Felsbrocken erhalten. Gucken wir uns mal kurz an. Ist hier nicht. Warte mal, dann müssen wir mal vielleicht auf die Liste gehen. Da. Detoniert und greift alle Feinde an. Gar nicht mal so spektakulär. Gut, let's go. Gehen wir erstmal unten lang. Können wir nicht. Doch, wir können runterspringen. Da ist eine Kiste. Heiltrank. Wow. Zurück. Jetzt gehen wir rüber. Aber nicht ohne einen Zwischenkampf. Gucken, was uns hier Tolles erwartet. An das Dungeon erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Ich erinnere mich noch an die Musik. Aber ans Dungeon nicht. Oh, der schöne Nukulus. Die sieht ja ja hübsch aus. Oder Tannenzapfen. Verseuchter Tannenzapfen. Tumor. Ekelhaft. Wir greifen erstmal die Fledermaus an. Ekelballon. Auch ein geiler Name. Denn ich denke, die kriegen wir mit einer Attacke down. So sieht's aus. Harmlos. Gucken, ob's reicht. Eins. Und der Wert hat sich. Zwei. Drei. Drei. Vier. Nein. Schade. Ich verstehe die Reihenfolge einfach nicht. Egal. Ich dachte jetzt eigentlich, Levels hätte wieder dran sein müssen. Aber nö. Soll uns egal sein. Wir haben den Kampf erfolgreich bestritten. Es sollte uns doch keine Probleme führen, diese Höhle. Ich hoffe, ihr hört das Ungequietsche von den Vögeln hier draußen nicht zu sehr. Aber ich kann das Fenster gerade nicht zumachen. Ich ersticke sonst. Jetzt halt doch mal die Schnauze da draußen. Unfassbar laut. Und tierisch nervig dazu. Wir können unten und oben lang. Wir gehen erstmal hier lang. Obwohl da unten ist eine Kiste. Schauen wir mal. Was ist das denn für Vieh? Keine Ahnung. Ork. Ja, der hat scheinbar was drauf. Das reicht nicht. Schade. Klingt so ein bisschen, als wenn sie ausgepeitscht wird. Da ist er weg. Habt ihr es jetzt bald mal? Was war denn das? Ich hab nichts gesehen. Wurde Überschall auch auf Dart eingesetzt? Schätzt du mal, das ist ein Effekt oder so? Ich mein, das haben die doch beide Male auf Shana eingesetzt. Oder wirkt das dann auf alle? Das kann eigentlich nicht sein. Jetzt seh ich wieder was. Jetzt hab ich's verkackt. Der Vogel geht mir so tierisch auf die Nerven. Hört ihr das? Der hat doch nicht mehr alles stramm. Ich knall den gleich weg. Nein, nein, nein. Ich bin tierlieb. Ich bin tierlieb. Boah. Als wenn mich da irgendwie das Schicksal dazu zwingen würde, das Fenster zuzumachen. 20 Gold. Warte mal, da unten ist auch noch eine Kiste. Kommen wir nicht hin? Ne. Ach so. Wir kommen sowieso hin. Nein, doch nicht. Ja gut, da haben wir jetzt erstmal Pech gehabt. Stolpersteine. Shana, sei vorsichtig, dass du nicht ausrutschst. Okay. Total verschwinden. Körperreinigung. Es war so klar. Ah, Levitz! Dad, Levitz! Wow. Stehen beide auf einem Stein. Du hättest mir schon zum zweiten Mal das Leben. Zufall, dass ich gerade hier war. Wenn das der Fall war, hatte ich doch Glück, dass du gerade hier warst, Dad. Wir werden für immer Freunde bleiben. Oh Gott. Es passt jetzt in... Egal. Jip. Das stimmt. Entschuldigung, Jungs. Und was ist mit mir? Gangbang? Oh, mysteriös. So. Schauen wir mal. Was ist das denn für ein Vieh? Da komme ich nicht hin. 100 Gold. Da lässt er mich nicht hin, ne? Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, dass das Vieh hier ist. Geh jetzt mal von einem Nein aus. Ein Schritt gelaufen, Kampf. Zwischenkämpfe sind tatsächlich 2016 etwas, was ich überhaupt nicht vermisst habe. Auch damals ging einem das irgendwann auf den Sack. Oh Gott, jetzt haben wir ja auch noch so ein schönes Dreiergespann, wo wir uns richtig schön die Zähne dran ausbeißen werden. So, besser. Das reicht nicht. Jetzt, wo der Typ dran war, ist Shana dran, weißt du? Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht eine Attacke von dem wenigstens umgehen können, in dem wir ihn als erstes umhauen. Nö. Arschloch. Ihm zieht er 17 ab? Werde ich nicht. Der Ekelballon. Der Ekelballon. Wabbel, Schwabbel. Schwabbel, Wabbel. Weglaufen, feiges Stück Scheiße. Weglaufen, feiges Stück Scheiße. Das sind Felsglühwürmchen. Oh, du weißt wirklich viel. Nun, sie haben mich oft gerettet. Mich auch. Besonders in der Nähe von Schlachtfeldern waren sie immer sehr nützlich. Entschuldigung. Vielleicht erklärt ihr mir das auch mal. Sagt mir, was das für Dinger sind. Die heilen wahrscheinlich. Oh. Oh, Jungs. Das Licht eines Felsglühwürmchens hat heilende Kräfte. Jetzt hat Chana wenigstens etwas gelernt. Ja, ja, ich weiß auch was, was du nicht weißt, Dart. Was ist das? Das sage ich nicht. Nun, ihr wart fünf Jahre lang getrennt. Es ist doch normal, dass man da nichts voneinander weiß. Meine Mutter und ich, wir sind da anders. Jedes Mal, wenn ich nach Bale zurückkomme, begrüßt sie mich mit dem gleichen Lächeln. Habe ich etwas Falsches gesagt? Lass uns aufbrechen. Deine Mutter wartet in Bale auf dich. Nicht wahr? Ja. Hey! Hey! Die Zwischenkämpfe sind echt anstrengend geworden. Was habe ich mir da bloß aufgehalst? Jo, eine Spinne. Natürlich darf sie anfangen. Diese scheiß Kamera. Da ist sie weg. Die Zwischenleute. Die Zwischenpläste. Untertitelung... Ach, jetzt sind wir unten. Ich krieg dich. So, Giftschutz. Kann man das ausrüsten? Kann man. Gut, nice. Gab's hier jetzt noch mehr? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir wieder raus hier. Komm, lass mich. Und immer ist Shana als erstes dran. Der unnützlichste Charakter überhaupt. Gefährliches Gas. Ist sie vergiftet? Scheint soja. Ja. 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 Danke, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, macht's gut!